Wir müssen unsere Mutter finden. Oh, Licht aus, Digga! Alles klar, Mann, immer wenn wir was in die Hand nehmen, dann kommen die Bastards, Mann. Hast du verstanden? Ja, eins von zehn haben wir, ne? Ja! Sachen von unserer Mutter. Riesiger Schädel. Ne riesige Schüssel. Ja, und dann diese Orlems, die sie beschützen. Das sind doch die Söhne. Also die Tochter. Ah, wir müssen zusammen da sein, Digga, deswegen ging's nicht. Ah, lol. Oh, dann. Ha! So, okay, wo waren wir noch nicht? Wo waren wir noch nicht? Ja, jetzt sind andere Türen wahrscheinlich offen, oder? Die nicht. Ne, da vorne war ja noch. Ah! Ja, Mann, so klar. Hallo, hast du die Schlüssel damit? Zwei von zwanzig. Warte, hier ist... Ah! Die andere Tür öffnet sich. Welche? Da vorne, die da. Warte, ich kann mal runtergehen, dann siehst du? Ja, okay, 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 okay. Ist da irgendwas? Zum draufstellen, oder? Ja, Mann. Kannst du kommen? Schau mal. Da klingt irgendwie gassy, Mann. Oh, das ist auch ne Rose. Ja, Mann. Ja, Mann. Ah, das ist neu. Okay. Weifungsfonds. Daniel, möchte sie was verkocht abhellen? Ja, Rose Schokolade. Ne, Mann, danke. Am Anfang... Leuchtet schon wieder was. Am Anfang war es irgendwie so creepy schon alleine hier zu sein, ne? Jetzt ist voll die peaceful Musik. Guck mal, da oben ist Rose noch. Ja, warte, jetzt hol. Alter, das liegt mal. Ah, ja. Hab sie. Nein, jetzt hol das Teil. Hm. 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 Warum in der Hölle hat die Mutter dieses Ding? Oh. Es wurde wahrscheinlich nur in harmloser Rituals und was. Döger. Ah. Hier geht's oben raus. Es hat Blut an sie. Ja, das Teil liegt da, ne? Oh. Kannst du hier auch hochkommen? Ne, Mann. Oh, doch. Irgendwie. Nein. Weil dann können wir hier oben lang gehen. Mach mal Licht. Kann ich? Komm nicht hoch. Ich würde nur sagen, ne, in der Küche ist hier, Mann. Kannst du hier hoch? Nein. Oh. Ja, Luisa, Digga. Ja, ja. Oh. Ja, aber lass mich erst mal gucken, ob's überhaupt geht. Dann mach hier low, ne? Lass dich mal nicht finden, so dies das. Ich versteck mich in diesem Kriegsfuck. Sag mir Bescheid, ne? Wenn die Tür offen ist, dann pisse ich mich da raus. Ja, hier draußen ist alles peaceful, Anna. Oh mein Gott, Daniel. Oh Gott, Daniel. Wenn du wüsstest, was hier abgeht, Digga. Licht flackert, Digga. Licht flackert einfach. Jo, wie laut er schreit einfach nur. Oh, Olum. Oh, Olum. Olum, ey. Okay. Bist du drauf? Warte. Äh, ja, Mann, ich bin da. Ich bin drauf. So dunkel, ne? Ich hab's auch. Die Tür ist auf, Digga. Gibt's immer? Ja. Diese ranzige Spaghetti, Alter. Läuft hier herum. Okay, jetzt oder nie, Bro. Der steht da in der Tür, der Olum, Alter. Daniel! Aber nicht, oh Gott, er rennt. Daniel, wie viele Olum sind denn hier? Daniel! Komm schon, César? Ja, chill mal. Ich muss warten, bis der... Ja, ja, lass dir Zeit, Alter. Lass dir Wolfszeit. Diese hessische Spaghetti. Oh, da ist er wieder. Wie kann er wipsen? Ja, ist wieder weg. Daniel! Ja? Mach, mach... Warte. Mach doch! Mach doch! Warte, warte, da ist noch einer. Chill. Wo? Einer ist noch da, wo er vorher auch war. Der läuft hier immer so hin und her. Nee, der zählt da vorne. Ja, okay, komm, wir gehen auf die... Er geht! Komm, 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 komm. Er geht! Komm, 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 komm. So, willst du switchen oder wie ist das? Ja, wie ist das? So was von, Digga. Viel Spaß. Bleibt der stehen? Nein, der wechselt. Aber du kannst da an die Küche vorbei. Aber da ist auch ein zweiter, ne? Gott, die stöhnen ja wie so abgefuckte Stanzraten. Daniel, da kommt ja einer raus! Daniel, warum hast du das denn gesagt? Daniel, hey! Hey! Da kam einer aus der Tür raus, Daniel! Nach draußen! Der hat mich gesehen, ja! Nee, das war... Das war bei mir nicht. Ja, aber der hat mich gesehen, deswegen... Ich muss da ja... Ich muss da ja leise runtergehen. Wie soll das passieren? Ja, geh halt weiter weg von dem Ding runter, weißt? Ja, okay. Nicht direkt am Haupteingang, nicht. War rein auf Daniel, okay, gut. Komm. Aber ganz draußen sind keine Urums, ne? Nee. Oh Gott! Daniel, was hast du gemacht? Daniel, warum sieht der mich? Daniel! Sieht der dich? Daniel! Hat er dich verloren? Hat er mich verloren? Daniel, warum hat der... Daniel? Okay, ich bin ready, wenn du die Tür aufmachst, Digga. Wilma, warum hat der mich gerade gesehen, Daniel? Ich weiß es nicht, Digga. Okay, ich... Ja, ich geh hin. Ich bin ganz langsam. Ich bin wie Spider-Man. Daniel, ich mach auf, ja? Warte? Ja. Dauert nur kurz. Was für Warte? Warte, es dauert kurz. Aber auf. Okay. Jetzt kommt er raus! Nein! Du Schwanz! Du was? Du Schwanz! Du Schwanz! Du Schwanz! Also wenn einer Ollum ist, dann er, Alter. Okay, ich bin drauf. Okay. Du bist raus! Warte, warte, warte. Oh, Ollum. Okay, mach zu. Okay, Daniel, jetzt nix falsch, Mann. Komm mit zu mir, auf die Seite. Ja, schauen Sie. Warte, 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 warte. Alter, wenn du sneaks, ne? Siehst aus, als ob du kacken musst. Auf der Klugschüssel hockst. Sag mal. Okay, komm. Ich renne, wenn das jetzt tut. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Hab ich, hab ich, hab ich, du. Guck mal, wie du frest. Hessisches Dragsi verbrenn. Digga. Du wild, 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 digga.